Oh, unsere Einfahrt ist total verschneit. Ja, ich bin nicht gleich zugeschlagen. Ganz recht. Ich habe eure Einfahrt mit Eis und Schnee versperrt. Und was wollt ihr dagegen machen? Nichts. Es seht nur er. Hallo. Mr. Schneepflug. Verschwinde, du unangenehme Jahreszeit. Ja, ja, ich geh ja schon. Früher waren wenigstens die Kinder noch dankbar, wenn es geschneit hat. Juhu. Hallo, ich bin Mr. Schneepflug. Haben Sie es satt, sich mit dem Eispickel die Hände abzuhacken? Und dann diese ewigen Herz-Wut-Anfälle. Aha. Darum wählen Sie Klondike 53226. Rufen Sie an und Sie erhalten ein Gratis-T-Shirt. Übrig geblieben von den letzten Wahlen. Ja, ich bin aber ziemlich knickerig. Kann ich mir sowas überhaupt leisten? Aber selbstverständlich. Meine Preise sind so niedrig, dass viele glauben, ich hätte hier oben einen Dachschaden. Sie haben doch eine offizielle Lizenz von der Stadt, Mr. Schneepflug. Halt die Klappe, mein Junge. Also nicht vergessen. Ich hab den Schneepflug und alle Leute nennen mich Mr. Schneepflug.